Und damit willkommen zurück zu Savage Land. Zu ha 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 ha. Und heute wollen wir uns eine gewisse Achs herstellen und dafür brauchen wir Materialien und die habe ich leider noch nicht. Das heißt also wir müssen jetzt leider, 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 leider auf die Suche gehen und uns mit einer Achs ausstatten. Da vorne ist ein Skelett. Das lassen wir mal schön in Ruhe. So, also wir wollen uns jetzt eine Achs herstellen. Dafür brauchen wir natürlich entsprechende Materialien. Aber trotz alledem gehen wir erstmal auf das andere zurück. Aber ich wollte noch ganz kurz was gucken. Und zwar, das habe ich beim letzten Mal erwähnt. Man kann ja auch was upgraden, hatte ich eigentlich gesagt. Ja, Metal-Oar. Genau, Medium. Also mit den Erzen brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wir können die auch upgraden. Ich habe es bloß nie wirklich bedacht. Weil diese Funktion, klar, die wurde eingeführt. Aber wenn man das seit Anfang an spielt und dann wirklich die ganze Zeit immer dieses, ähm... Dieses einfach drauf los und, äh... Klar, Patch-Notes lesen, ja, schön, aber... Wir brauchen trotzdem jetzt erstmal irgendeinen Erz. Und ich sehe, glaube ich, gerade... Ich habe mein Inventar gar nicht leergeräumt. Und wie einmal stöhnt. Medium-Quality. Wir brauchen, ähm... Medium fehlt uns noch. Und Holz. High-Quality. Ja, toll. Downgraden können wir leider noch nicht. Aber okay. Immer schnell einsammeln, damit es dann auch schnell weitergeht. High-Quality. Wir brauchen aber Medium. Weil zurückwerfen kann man es nicht. Ach, jetzt habe ich einen Stein aufgenommen. Flint lassen wir auch erstmal links liegen. High-Quality schon wieder... Kohle. Warte mal, was haben wir denn jetzt hier? Ah, nee. Das ist High-Quality. Was hatten wir denn da? Ah, Medium haben wir bekommen. Ah. High-Quality ist hier verguckt, hä? Hm? Nein, einen Stein brauchen wir nicht. Nein, wir brauchen immer noch keinen Stein. Hm, den brauchen wir auch nicht. Hm. So, hm. Das ist jetzt ungünstig, weil für die Shredded Eggs brauchen wir drei davon. Davon haben wir sieben und wo... Wobei, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Drei. Ja, das müsste... Das müsste sogar hinhauen. Ha! Ha-ha! Weißt du, wie wir das jetzt machen? Das ist ganz einfach. Wir fällen jetzt hier den Baum. So, haben wir jetzt hier einen Woodlock. Ja, ich weiß, ich habe jetzt gerade die anderen Woodlocks da liegen lassen, aber... Äh... Ist jetzt erstmal egal. Leute, wir können uns gleich unsere Axt herstellen. Das ist viel wichtiger. Und ich sehe gerade, ich habe eine Nachricht. Eine Nachricht? Ah. Okay, da hat jemand... Wow. Der schockt mich schon wieder nach hinten. Jetzt gerade erstmal nicht. Ich habe keinen Inmetall leer. Ich habe schon wieder massig, massig Nachrichten auf meinem YouTube-Channel. Ich versuche ja auch immer, alle regelmäßig zu beantworten. Der hätte doch locker da reinlaufen können. Gut, der hat mich nicht gesehen. Der hat mich aber gesehen. Alter! Der hat mich nach hinten schubst. Und wenn das dann noch ein Sprung ist, dann schleudert der mich nach oben, ey. So, se... Ach Mist, jetzt fehlt mir ja noch ein Holz. Ach, komm. Nehmen wir das da. Das steht da gerade so rum. Dich habe ich auch noch... Alter! Wie die einen nach hinten schubsen. Jetzt kommt der da auch noch. Komm. Ja, komm. So. Shredded Eggs. 18 Schaden. Reckless Edge. Animal Bone. High Quality. Wartet mal. Ne, die wollte ich mir noch machen, ne? Das habe ich, das habe ich da... Nur eine starke Sehne noch. Aber wir haben doch hier so viele Wölfe getötet. Wolfsfels. Animal Bone. Kann ich jetzt gerade nicht nehmen, ne? Ach, verdammt. Aber ich könnte was essen. Essen. Zweimal essen, dann ist es aber wieder voll. Ja, was nehme ich denn jetzt mal als nächstes raus? Nehme ich das da raus? Dann kann ich... ...das dann nehmen. Ich brauche noch ne... ...ne starke Sehne. Hoffen wir mal, es ist der, der welche dabei hatte. Hattest du da eine starke Sehne dabei? Ne, aber was zu essen. Und Animal Bone. Das ist natürlich jetzt wieder ärgerlich. Ähm, gucken wir nochmal, was braucht man dafür? Reckless Edge. Kohle. 13 von 18. Ja, da kann ich noch tauschen. Da kann ich tauschen, da kann ich tauschen. Ähm. Stein brauchen wir, glaube ich, jetzt gerade erstmal nicht. Äh. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wartet mal. Wartet, wartet, wartet. So. Dann brauchen wir, äh... Reckless, reckless, reckless. Da. Das haben wir. Kohle. High Quality Ore. High Quality kann ich da herstellen. Kohle. Kohle. Äh... Da, 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 da. Da, 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 da. Das kann da rüber. Okay. Wow. Jetzt hätte ich mir beinahe den Hintern verbrannt. Äh, 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 äh. Frosch im Hals. Ähm. Da, da, da. Medium. High Quality, High Quality. Reckless, reckless, reckless. Nein, mir fehlen immer noch zwei. Oh, 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 oh. Guck ich nochmal, ob ich da was habe. Ansonsten muss ich echt nochmal wegen dem, äh, High Quality Erze los. Wo kommen wir denn da hin? Ich weiß immer noch nicht, wie das, äh, wie ich die, äh, Baufälligkeit meines Gebäudes auswerten soll. Ah, Steine, 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 Steine. Kommt, das können wir noch da raufpacken. Das auch. Und die zwei wieder rüber. Gut, da haben wir auch, da haben wir auch noch Essen. Wolf Meat. So. Gut, dann brauchen wir jetzt noch einen Stein. Einen Stein. Wo haben wir jetzt noch einen Stein, wo ich was rauskloppen könnte? Gucken wir mal. Das gibt's doch nicht. Jetzt war ich mir so sicher. Ah, ich will die X, Y, Z, aber dabei wollte ich die X, Y, Z haben, also wollte ich, äh, die Axt X haben und dabei war es die X, äh, äh, war es die Axt Y. Ich hab's heute, ne? Ich und Namen merken, ey, das ist echt ne Kunst für sich. Und jetzt sind hier keine Steine. Ich glaub's nicht. Stirb, du blöder Wolf! Halt, warte mal. Vielleicht hat der starke Sehne. Jawoll! Strong Seeneth. Das gibt's doch nicht. Will der mir hier keine Steine geben, oder wat? Ja, ich weiß, ich hätte auch das Wolfsfleisch nehmen sollen, aber hey, Leute, wir wollen jetzt hier eine Axt haben, ja, und die innerhalb kürzester Zeit. Ach, jetzt kommt der auch noch. Oh, hab ich dich überfordert? Mit hinten, von hinten angreifen? Haha. Jawoll. Ein Stein. Einen Stein wollte ich die ganze Zeit haben. Ich brauch keine Steine. Ich brauch auch keine Kohle. Ich brauch auch Erze. Einen Stein. Einen Stein kann ich nicht aufwerten. Was war denn das, was ich jetzt gerade bekommen hab? Ah. Medium Quality. Na, komm. Nein, ich will nicht den Stein. Ich will auch nicht die Kohle. Kohle. Ich will nicht die Kohle. Medium. Medium nehm ich. Low Quality. Warte mal, jetzt hab ich zwei Low Quality. Ich brauch mal drei. Entweder jetzt ein Medium oder ein Low. Medium oder Low. Medium oder Low. Drei. 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 Vier. Ne, verdammt. Ich brauch nochmal drei. Das gibt's doch nicht. Gib mir jetzt ein High Quality. Radiant. Das brauch ich nur noch gar nicht. Einen Stein brauch ich auch nicht. Ach, das Leben, das ist so schön in meiner neuen Wohnung. Ich könnte so träumen. Ja, ich bin in meiner neuen Wohnung und es hat alles funktioniert. Aber ich hab's ja auch auf Twitter geschrieben. Ja, auf Twitter wurdet ihr als allererstes informiert, dass entsprechend die Verfügbarkeit gegeben war und ich nun Internet habe und hier in Ruhe aufnehmen kann. Jetzt hab ich da fünf. Jetzt hab ich da fünf. Jetzt hätte ich zwei. Ach. Ne, ne? Ja, ist klar. Komm, ich hab keinen Hammer dabei. Am Arsch die Räuber. Am Arsch die Räuber. Ja. Jetzt brauch ich echt noch Holz. Ich glaub's nicht. So. Gut, also. Skull Smasher, Heavy Stone Hammer. Hammer. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Wo ist hier Primitive Arrow? Hammer, 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 Hammer. Crude Stone. Nein! Ist ja jetzt echt ein Witz, oder? Da kann ich nur einen herstellen. Nein, nein, stopp. Ich kann zwei herstellen. Warum nicht? Ah, mir fehlt die Schmiede. Okay, gut. Schnell zurück zur Schmiede. Schnell. Mann, meine Zeit von der Folge ist schon abgelaufen. Ich will aber noch... Nein. Oh, da hinten läuft einer ein bisschen gerade. Halt, dich hatte ich vorhin getötet. Da hinten liegt ein Skelett ganz schön gerade. Das war jetzt gerade nicht so das, was ich mir erhofft hatte, dass hier noch wirklich schwerere Skelette rumrennen. Jam, 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 jam. Reicht das? Ach, komm. Lauf, komm, 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 komm. Ja. Okay. Eins, zwei. Eins, zwei. Ach, nee, da kann ich sogar drei herstellen. Egal. Reckless. Reckless. Äh? Oh yeah, baby. Oh yeah. Oh yeah. Dann haben wir doch was für die nächste Folge. Mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Und ich sage an dieser Stelle, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö tschö. Tschö tschö. Tschö 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 tschö